hey yo leute was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen video ja ende dezember heute ist der 31 dezember und dann würde ich sagen in diesem sinne einen guten rutsch ins neue jahr kommt gut rein bleibt gesund ich glaube gesund bleiben ist das wichtigste und ich hoffe echt dass wir ab nächstes jahr wieder ein bisschen mehr machen können dass wir auch auf ost treffen fahren können also ostfahrzeug treffen fahren können da habe ich auch mal wieder richtig bock drauf und naja wir hoffen einfach mal dass uns corona jetzt verlässt und dann dementsprechend wollen wir einfach mal gucken dass wir im nächsten jahr viel mehr machen können ja ich sage einfach mal wie gesagt kommt gut rein feiert schön feiert sinnig auch wenn dieses jahr der kreis der feierkreis ein bisschen kleiner ausfällt aber wir machen das beste draus ich musste mich dieses jahr auch viel einschränken durch corona und ich denke mal wir haben einfach das schlimmste überwunden und freuen uns jetzt einfach drauf auf das was jetzt kommt ja ich kann auf jeden fall an dieser stelle schon mal auf das freitags video also auf das video für morgen verweisen das wird das erste interaktiv video was das ist natürlich dann morgen mehr freut euch auf jeden fall schon mal auf dieses format weil ich sage einfach mal so das geht steil das wird steil weitergehen schreibt auch kommentare dazu wie es euch gefallen hat schreibt auch bitte kommentare was ihr noch sehen wollt wie es weitergehen soll was wollt ihr nächstes jahr sehen mz motorrad dual flux motorrad touren interaktiv videos ja klar interaktiv videos könnt ihr jetzt natürlich noch nicht sagen würde ich mehr sehen könnt ihr ja erst quasi entscheiden wenn das erste mal eins gesehen habt ja und da würde ich sagen feierst heute abend schön lasst krachen aber nicht so doll und wir sehen uns dann in einem der nächsten videos haut rein macht's gut und viel spaß bis zum nächsten mal